Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Ich bin ja offiziell der Leader vom Moin Clan, wie ihr das sehen könnt. Und ich wurde immer schon wieder angeschrieben, hey YouTube Gamescom, wie komme ich eigentlich in den geilen Clan rein? Also du musst Freunde sagen, du musst Abo von mir sein. Dann musst du mir eine Nachricht schreiben, hey darf ich in den Moin Clan hinein? Also einfach den Account YouTube Gamescom reinmachen, Liste öffnen und dann einfach den Text da reinschreiben halt. Hey, ich möchte in den Clan rein, bin Abo von dir. Und ich will noch ein paar Regeln sagen, die es hier gibt im Moin Clan. Deine KD ist mir erstmal egal. Du kannst einen Abschluss in der Runde haben oder gar keinen. Es geht einfach um den Spielspaß. Du brauchst Spielspaß. Du musst einfach wieder, ich brauche einfach Leute, die sagen, Black Ops, das macht mir Spaß, das spiele ich. Auch wenn ich keine gute KD habe, ich nehme jede Waffe, auch wenn es eine Nubige ist, mir egal. Was ich nicht gut finde, wenn du kämpst, wenn du boostest oder wenn du hackst, fliegst du gleich aus dem Clan raus. Wenn du aber einmal im Clan drin bist, dann standst du in jeder Videobeschreibung in einem Video von mir. So, ich möchte euch nochmal eine Freundesliste zeigen, weil Leute mich angeschrieben haben, hey, kannst du mir nochmal eine Freundesliste spezial machen? Habe ich gesagt, ja, YouTube Gamescom mache ich mal wieder schnell. Und es ist ein bisschen schnell jetzt und es sind ein paar Leute online hier. Guck mal, alle Black Ops 2 haben es sucht und halt auch herrlich, oder? Das ist auch mein Leben hier, alle Black Ops 2 suchen, herrlich, herrlich. Habt ein paar YouTuber Abonnenten drin und wenn ihr mich als Freund haben wollt, dann müsst ihr halt eben dem Moin Clan jetzt eben beitreten. Oder mal gucken, wenn wieder mal was frei wird. Aber zur Zeit sind wirklich nur Abonnenten und Freunde eben in meiner Liste, aber wir können trotzdem miteinander socken. Einfach auf der PS3 paar nette Worte schreiben hier, hey, YouTube Gamescom, will mit dir mal socken. 1x1, Sniper. Ich bin der Letzte, der nie sagt, also haut rein auf jeden Fall. Das ist in meinen ganzen PSN-Freunde. So, ein bisschen schnell. So, oh, geht das noch höher? Oh Gott, ich kriege hier gleich noch ein Flugholab hier. La, 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 la. So, den Leuten habe ich hier versprochen, wenn wieder mal was frei ist, dann kommen die wieder rein. So, also Leute, das war das kleine Video von Moin Clan, ihr wisst Bescheid. Und plus Freundeslisten, Speziales, wisst ihr mal wer alles mein Freund ist? Hier Agent, zum Beispiel SkrillXP von den Effect Brothers, sind eigentlich alle am Start. Also Leute, haut rein, euer YouTube Gamescom, der Leader von Moin Clan. Ciao.